heutige trophäen moin schön dass du da bist und da ich nicht glaube dass du dich verlaufen hast sondern explizit wegen dem titel hier bist nämlich eine schnelle und einfache platin trophäe zu bekommen sage ich dir du bist genau richtig hier alles was du brauchst sind ungefähr sechs minuten zeit und 1,49€ mehr bedarf es nicht also rein in den shop wird jumping burger gekauft und rein ins game du brauchst nichts weiter tun als den x-knopf drücken ungefähr sechs minuten lang und das schauen wir uns jetzt mal eben an damit du weißt was du zu tun hast also auf geht's das was wir sehen ist ein burger der auf einem tisch bringt das ganze ist entwickelt von t games und wir schauen mal ganz kurz in die option und da gibt es nicht viel also wir raus ja wir starten und was wir machen müssen ist den x-knopf drücken das ganze machen wir jetzt kein witz sechs minuten mehr müsst ihr nicht tun also ich hoffe ich habe euch nicht zu viel versprochen denn der aufwand ist wirklich überraschend gering und alle 50 hüpfer die dieser kleine burger auf diesem tisch macht bekommen wir eine trophäe jetzt burger time wie wir sehen können alle 50 sprünge wir müssen 1000 sprünge erreichen das klingt jetzt relativ viel aber ich finde es geht sehr schnell und wir beginnen langsam mit bronze trophäen irgendwann kommen die silbernen und dann kommen die goldenen und am ende gibt es halt die trophäe die wir alle wollen die platin aber wenn man solche spiele platiniert ist das schon ein bisschen räudig weil man tut eigentlich gar nichts dafür so die klopperspiele da ist eine platin ein bisschen mehr wert diese hier sind räudig aber genau deswegen sind wir hier ich würde mir die auch abholen und soll ich euch was sagen ich habe sie mir schon abgeholt wen überrascht es niemanden genau ich spiele euch das video jetzt mal ein bisschen vor damit wir so richtung ende kommen aber real time ungefähr sechs minuten von daher 1 euro 49 sechs minuten x-knopf drücken und du bist um eine platin trophäe reicher falls man das reichtum nennen kann ich weiß nicht so wenn ihr noch mehr videos von solchen spielen sehen wollt dann abonniert gerne diesen kanal in zukunft werden mehr solcher spiele kommen wir mit ganz wenig aufwand platin trophäen holen könnt also wie gesagt wir sehen uns im nächsten video mit dem nächsten spiel und einer weiteren platin trophäe also vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal